Hallo und Herzlich Willkommen bei Aion, unser erstes Mal. Ja, ich bin auch wieder dabei und ich habe gerade mit meinem mächtigen Feuer bei ein riesiges Glühwürmchen getötet. Ich habe ein riesiges Glühwürmchen getötet, halt die Klappe. Okay, ich kille ein... was ist das, bitte schön? Ein Gürteltier. Okay. Ach verdammt, du hast es schon getötet. Ey, Feuerball, Feuerball. Pflanzen solltest du mitnehmen, Strix. Ja, warte, ich will Schweinchen töten. Okay, wo sind die Pflanzen? Ach, hinter dir, hinter dir. Ich töte gerade einen langsamen Schnüffler oder sowas. Krass, hast du eine Pflanze genommen? Ja, ich mache es nochmal. Ja, ja, blablabla, können wir doch alles schon noch spielen. Ich will auch eine Pflanze nehmen. Ah, du sammelst das Objekt gerade. So. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich aussehe wie eine Frau. In dem Dings der Bildschirm, wo man das verändern konnte, sah ich nicht so aus. Äh, kommst du mal ganz kurz mit? Unsere erste Quest annehmen. Ja. Drück mal übrigens M und sein N, oder? Ne, drück mal nur N. M? N. Okay. Dann kriegst du eine Karte. Ah, gut. Ne kleine. Kann ich rumziehen? Ach, schade, nö. Doch, kann ich. Da oben in die Ecke. Ja. Wo bist du? Ich habe mich verlaufen. Das ist ein Typ mal in der Säugnerwache. Für Elisea. Ähm, ich nehme Geld. Äh, ich möchte gerade gucken. Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Wir haben sogar... Ist das ein Navi? Ich glaube, das hat uns gerade einen Weg vorgegeben. Ich werde erst den Ertragskäfer noch mal töten. Okay, ich guck mal kurz, äh, wo man die Quests macht. Stopp. Dort. Okay. Hm, trefft euch mit Mieres. Mieres sucht euch dringend. Wo bist denn du? Hinter dir. Ach man, ich verlaufe mich immer zu. Ich habe... Keine guten Orten... Ortkenntnisse. Jetzt geh mal! Ich bin gerade im... Ich gucke gerade auf der Map. Ich habe doch gerade den scheiß Gewehr getötet. Hier lang. Wir hätten es vielleicht... mal durchlesen sollen, was wir da machen. Ja, hier. Können wir auch irgendwie sprinten? Hier, hey! Hey! Ach! Ich dachte, wir müssen jetzt ewig weit rennen. Ja. Ist ja... Spricht doch. Ist ja langweilig. Ja, ist es noch. Nehmen wir die Quest auch gleich an. Ja. Ah ne. Haben wir jetzt dafür schon die Belohnung bekommen? Ja. Wo ist das? Irgendwo hier ein Gebiet. Okay. Oh, wo siehst du das? Auf der Karte. Ich habe außerdem das Quest-Fenster offen. Ach, das ist ein Pfeil, wo wir hinrassen müssen. Okay. Ich glaube jedenfalls das ist ein Pfeil, wo wir hinrassen müssen. Wo ist das Quest-Fenster? Unter welcher Taste? West-Fenster... 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 Äh... Y... 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 Komm, ich greife mal so einen Streifen... Äh... Kerub an. Oh man, ich... Oh, wir müssen die sogar kaputt machen. Oh, der haut rein, äh... Feuerball. Meiner. Und trotzdem weiterkillen. Weil's nützlich ist. Minze Papi! Nein, ich will nicht zurück. Du kannst sogar in die leicht reingucken. Das ist auch ganz lustig. Wart mal... Was hab ich denn alles? Verbannt? Ich kann das jetzt nur Feuerball. Ja, ich weiß, man kann die ausnehmen. Oh, ich hab'n Crit gelandet, Mann. Voll epic! Oh, ich bin Level auf dem Stiegen oder sowas. Ja, ich bin Level auf dem Stiegen. Ja, ich bin Level auf dem Stiegen. Was kann ich denn machen mit dem neuen Level? Weiß ich nicht. Das hab' ich noch nicht... Äh... Äh... Hab' ich noch nicht geguckt. Guckst du? Warte... Na? Ich geh'n noch n bisschen mit. Kleines Leben Wundermittel... Ist hier. Ach ja, fuck. Äh... Level, Level, Level... Ich glaub' das werd' ich öfters aufnehmen. Einmal wenn ich mit dir zocke. Meiner. Das ist aber mein Loot. Haha. Das ist das falsche Ziel. Das ist das falsche Ziel. Das ist das falsche Ziel. Warte mal, wo... Wo bist du? Da, okay. Ich will jetzt... Was ich mit meinem neuen.. Nein, nein, nein. Ja, aber dann gucken wir gerade mal. Wir haben auch keine Eile. Inventar, guck ich mal rin. Wir haben kein Ziel ausgewählt. Fertigkeiten. Da! Fertigkeiten. ah ketten ok man kann ja irgendwas ich glaube ich ich verstehe es noch nicht richtig und der fett unterfertigkeiten ist das um das ist viele gar nicht aus dem herr okay profil kürzlich ist noch was habe ich denn alle so schönes ich habe einen trainings zauberbuch ich bin besser aus zauberbuch haben das ist ja voll low riesige rochen ein riesiger rochen ach das meine ich das ist das ist ja den greifen waren ich muss ja übrigens auch noch mal kurz beendet ich bin voll der high end zauberer ich habe den antwort ich fühle es mal ich bin aber gut sind abschließen das wieder ich habe noch mal erstellen das mal erstellen die brauche erstmal nicht ich habe schon mit einem verstärkt mehr kann ich glaube ich nicht wo muss man das reinziehen bitteschön was los wo muss man das reinziehen dass man das verstärkt ich glaube das kann nur ich welchen zauberer bin ein zauberbuch ach geil so bist du ich stehe hinter dir baue ich verlaufe ich finde ich nicht wo bist du ich stehe hinter dir genau hinter dir weißt du ja okay okay komm wir gehen zurück zu dem questing da wo war das ist hier vorne ja ich habe gekennzeichnet mit einem hellblauen pfeil ja ich dachte es ist was anderes ja sprech doch wie kann ich das jetzt an dem hier was ich gemacht habe einfach auf die schaltplatten drücken ich weiß ja nicht wie kann ich denn jetzt hier diese quest okay ich bin zu blöd dafür hey wie kann ich das denn machen dass ich das die quest abschließe drauf drücken ja er spricht denn stufe also dass diese stufe zwei aktiv die korndi oder so etc was da steht drauf drücken doch das steht mit mit einer neuen quest gerubimjagd ja da drauf drücken ja und dann immer so weiter nein was kann ich tun ist jetzt kann ich die quest annehmen lol ah die haben nico vergessen ne hi nico hi loll ich kann ja auch keine ich kann ja nicht auswählen was ich als belohnung haben will nico ne du kriegst beides nico übrigens wir sind mit einer Aufnahme also sag hei nico 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 warte so gut auf mich ich muss ein paar Kiribybe töten ich will hier nur den Rumen und Nudeln futtern ja ich wurde gerufen also äh warum deckt das denn ey ich wurde gerufen macht mal die Quester und ich gehe essen also mit einer Aufnahme hier äh guck den drachener Oma der ist voll cool da da schaut euch an und das tschüss